Auch Kryptowährungen können verschenkt, gespendet oder auch sonstiges damit gemacht werden. Heute schauen wir uns mal an, wie denn eigentlich die Geschenke oder Übertragung von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Ähnlichem stattfindet und gleichzeitig auch an der Stelle aber auch Spenden zum Beispiel abgewickelt werden können, wenn du ein besonders großes Kryptovermögen hast. Das schauen wir uns heute mal an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es ist immer wieder das Thema, wo man ganz klar sagt, Geschenke im Großen und Ganzen hier an nahe Angehörige, an Freunde, an Verwandte oder Sonstiges machen. Da ist es doch die Frage, wie kann ich das eigentlich machen und ist es überhaupt zulässig? Also ganz klar ist an der Stelle, du kannst jeder Person einen Bitcoin, einen Satoshi, Ethereum, sonst irgendwas, was du willst, schenken. Hier gibt es keinerlei rechtliche Verbote oder sonstige Verbote seitens irgendeines EU-Rechts oder internationalen Rechts oder was weiß ich. Das gibt es nicht. Du kannst Kryptowährungen also jederzeit ohne Probleme an jemand anderem übertragen. Und das muss nicht mal im Verkaufsbereich sein, sondern kann hier schlicht und ergreifend auch im Rahmen einer Schenkung sein, sprich ohne Entgelt. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt aber einige Dinge zu beachten. Schenkungssteuer ist erstmal hier das erste Thema. Also sprich, wir haben ein Geschenk und da gibt es bestimmte Freibeträge. Und diese Freibeträge sind zum Beispiel bei Ehepartnern hier 500.000 Euro, bei Kindern 400.000 Euro und an andere Personen jeweils 20.000 Euro. Bedeutet, ich kann meiner Ehefrau jetzt hier theoretisch 500.000 Euro steuerfrei schenken, mit Blick aber auch an der Stelle hier zum Beispiel auf einen Bitcoin, wenn er irgendwann mal 500.000 Euro wert wäre. Oder zum Beispiel an die Kinder je Kind 400.000 Euro, je Elternteil. Also sprich, wenn ihr euer Kryptovermögen zusammen habt als Ehepaar, dann werden es im Grunde bei einem Kind 800.000 Euro übertragen werden können, bei zwei Kindern im Großen und Ganzen hier dann 1,6 Millionen und so weiter und so fort. An Geschwister, nahe Verwandte, natürlich auch Freunde, Freundinnen oder sonstiges würden jeweils 20.000 Euro maximal möglich sein. Wichtig ist an der Stelle, es ist nicht der Wert, für den du hier das Ganze auch gekauft hast, sondern es ist der Wert zum Zeitpunkt des jeweiligen Übertragungstages. Also sprich, wenn wir jetzt sagen würden, was weiß ich, der Bitcoin wäre heute im, sagen wir mal, ja was weiß ich, Juni oder Juli, August oder sonstiges, wann die Übertragung stattgefunden hat, wäre es im Großen und Ganzen hier 50.000 Euro ein Bitcoin wert, den würdest du übertragen, dann ist dieser Tageswert entscheidend. Und wie das Ganze aber natürlich dann jetzt steuerliche Auswirkungen doch noch haben kann, ist vor allem im Bereich der Einkommenssteuer. Denn im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer greift die sogenannte Fußstapfen-Theorie. Sprich, also in dem Zusammenhang tritt der Beschenkte in die Fußstapfen des Schenkers. Und das hat an der Stelle zur Folge, dass auch zum Beispiel die Anschaffungskosten mit übernommen werden. Das heißt, wenn du den Bitcoin dann, was weiß ich, für 20.000 Euro gekauft hast, dann wären 20.000 Euro die Anschaffungskosten. Diese würde dann auch der Beschenkte hier an der Stelle natürlich weiter fortführen. Stolmekopf ist viel mehr als YouTube. Auf stolmekopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1 zu 1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Entscheidend ist das Ganze hier vor allem bei der Einkommenssteuer. Denn auch hier gibt es ja immer noch die Jahresfrist. Und diese bedeutet, innerhalb eines Jahres greift natürlich hier der persönliche Steuersatz des Beschenkten. Was bedeutet, wenn ich an der Stelle, sagen wir mal, ein Bitcoin jetzt Anfang 2024 zum Beispiel gekauft habe, den jetzt, sage ich mal, nach einem halben Jahr verkaufen würde, dann wäre die Jahresfrist noch nicht hier abgewickelt. Sprich, an der Stelle müsste ich zum Beispiel dann als Person hier meinen persönlichen Steuersatz darauf anwenden. Würde ich zum Beispiel meinen Ehepartner oder meine Kinder übertragen, dann müssten die jeweils ihren persönlichen Steuersatz darauf anwenden. Denn auch die Anschaffungszeitpunkte werden mit übernommen. Nach einem Jahr greift aber an der Stelle nicht mehr die persönliche Steuerpflicht, denn da gilt ja auch hier die Spekulationsfrist von einem Jahr. Sprich, an der Stelle muss man hier zwei Steuern beachten. Schenkungssteuerlich gibt es die Freibeträge. Ehepartner 500.000 Euro, Kinder 400.000 Euro, Fremde Dritte 20.000 Euro. Wenn das steuerfrei war, Vorsicht aber bei der Einkommenssteuer. Denn bei der Einkommenssteuer gilt hier weiterhin für den Beschenken die Jahresfrist zu dem Zeitpunkt, wo der Vorschenker, also im Grunde der Schenker hier an der Stelle die Coins gekauft hat. Innerhalb eines Jahres steuerpflichtig, nach einem Jahr steuerfrei. Und jetzt ist das weitere Thema, Thema Spenden. Und zwar, hier gibt es natürlich die andere Thematik, nicht die Geschenke an nahe Angehörigen, sondern hier die Spenden. Und bei Spenden gibt es ja grundsätzlich auch hier erstmal, wir lassen jetzt politische Parteien mal weg, dass die Spenden steuerlich absetzbar sind. Beispielsweise, wir spenden hier einen Bitcoinern irgendeine gemeinnützige Vereinigung oder eine gemeinnützige Stiftung, Umweltstiftung, sonst irgendwas. Völlig egal. Solange hier eine Gemeinnützigkeit anerkannt worden ist. Dann haben wir hier die Möglichkeit, 20% des Gesamtbetrags der Einkünfte hier einfach steuerlich geltend zu machen. Und damit haben wir hier schon mal einen riesigen Vorteil. Wichtig ist aber an der Stelle, wir brauchen hier natürlich eine Quittung über den Fiat-Wert der Spende. Ganz wichtig, es muss natürlich hier im Unternehmen als auch bei Privatpersonen natürlich eine lückenlose Buchführung vorhanden sein. Die Transaktionen müssen nachgewiesen werden können. Und dann ist es hier im Spendenbereich ohne Problem möglich. Entscheidend ist aber ein weiterer Punkt und zwar der Airdrop. Das sind die Geschenke, die du bekommst. Da muss man auch ganz klar sagen, hier gilt das Ganze im umgekehrten Fall. Bis auf eine Ausnahme. Grundsätzlich sind an der Stelle solche Schenkungen, die du auch in Airdrops bekommst, hier steuerfrei. Außer es werden hier auch in die Freibeträge von zum Beispiel 20.000 Euro beschritten, weil bei fremden Dritten gilt ja immer 20.000 Euro. Was bedeutet an der Stelle ganz einfach, du musst hier diese 20.000 Euro, wie gesagt, einhalten bei Airdrops, ansonsten steuerpflichtig. Ausnahme ist aber bei den sogenannten aktiven Schenkungen. Sprich da, wo du im Großen und Ganzen aktiv geworden bist und irgendwo, sag ich mal, deine Telefonnummer, deine E-Mail-Adresse, deine Wallet-Adresse oder sonstiges hinterlegt hast, da ist es so, dass es sich hierbei um sonstige Einkünfteleistungen handelt. Diese sind im Normalfall dann vollsteuerpflichtig mit dem persönlichen Steuersatz. Dementsprechend musst du hier, wie gesagt, diese Fallstricke beachten, die es hier gibt. Denn, wie gesagt, das kann in der Einkommensteuer durchaus böse enden, wenn du plötzlich hier, sag ich mal, einen Airdrop von 30.000, 40.000 Euro bekommst und das Ganze natürlich auch versteuern musst. Denn das ist unabhängig davon, ob die Basiswährung schon die Spekulationsfrist von einem Jahr eingehalten hat. Was kann man also sagen? An der Stelle ganz klar ist es für dich so, dass du hier an der Stelle diese Steuerpflichten beachten musst. Schenkungssteuerpflichtige Themen, Spendenabzug ist relevant, aber auch bei den laufenden Einkünften hier natürlich die Einkommenssteuer. Von daher, damit du diese Fallen nicht in irgendeinem Fall hast, beachte das. Dann gehst du am Ende sogar steuerfrei aus dieser Angelegenheit raus. Du hast weitere Fragen? Dann ab damit unten in die Kommentare. Ach übrigens, auf steuer-me-kopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1 zu 1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern plant. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern,